Kennst du das Wort Periodenarmut? Leider ist es immer noch so, dass über 500 Millionen Mädchen und auch Frauen weltweit keinen Zugang zu Menstruationsprodukten haben. Viele Mädchen müssen sich in ärmeren Ländern prostituieren, da sie sich sonst keine Periodenprodukte leisten können. Nur etwa ein Drittel der Frauen in Indien haben Zugang zu Hygieneprodukten. In Buta zum Beispiel können sich nur 46 Prozent aller Mädchen während ihrer Periode waschen, da Wasser Mangelware ist. Deshalb setze ich mich dafür ein, dass alle Mädchen Zugang zu Periodenprodukten bekommen und somit nicht aus der Schule oder ihrem sozialen Umfeld ausgeschlossen werden. Wofür setzt du dich ein? Mach auch du dich dafür stark!